was dann schießt er mal drei spells per cast 6 oh nein oh nein ich habe nicht mal wasser ich habe polimo gedöns hier ganz geil direkt mal anwenden wir kommen relativ easy an zwei neue warns dran noch mal alles klar wir sehen diesen diese runde alles 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 über alles wenn ich zu nah dran bin zu wissen ich habe viel zu viel damage genommen moment ja ich will jetzt wasser haben ich brauch das wasser das wasser haben ich wollte ich gar nicht überall wasser hin ich verziehe mich mal ein bisschen dieses scheiß viele katastrophe ich würde eigentlich ganz ganz nach links dabei diese die hatten zauberstab genutzt ihn er hat einen zauberstab gefunden sind bereit zu benutzen die sau slime bohr ich glaube slime bohr ist besser als standard ist halt nur sau langsam der ätzt halt dinge weg und macht viel mehr damage ist denn nur ein bisschen langsam oh nein 30er krit bin zufrieden mit dem damage gerade muss einen kurzen moment warten bis er ankommt aber oh Gott dann ist er ganz geil Bisschen ich auch hoch ein whisky-fass ey ne ne bring mich jetzt nicht um du kackvieh Miniklein... Regenwolke! Hier, meine Regenwolke mit dir. Tada! Regen! Hier, guck mal. Ihr könnt eure eigene Medizin fressen. Affen. Okay, ich treff nicht. Oh, 13 AP. No! No, 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 no. Tschüss! Eieieieiei. Alter, der hier... Der hier ist schon echt schnell. 0,1, 0,2. Den Budler, glaub ich, da reinnimmt. Da waren, glaub ich, super viel Budeln. Jo! Mega gut! Projectile Eater. Projectile that fly into a small sector behind of you disappear. Living on the edge. You're spelled your three times image when you're under 25 HP or 25% of maximum HP. I'll see if we're living on the edge benutzen werden. Long Distance Cast. Kann er auf lange Distanzen in... Cast a spell some distance away from the caster. Small Teleport Ball. Das ist doch Long Distance. Und das Small Teleport Ball ist doch dann voll gut, oder? Also Movement hab ich damit. Movement wär sick. Oh, ups. Wann kann ich nicht mehr bis nach oben kommen? Aber ich muss jetzt darum weisen nicht mehr nach oben. Das Damage? Nee, das hat nur unglaublich viel Speed. Das brauch ich, glaub ich, gar nicht. Äh, Moment mal. Ja, ich bin noch in... Kannst einfach so machen, oder? Ja, nee, er hat eine maximale Distanz. Dann ist das schon... Aber ich will halt eigentlich buddeln. Moment. Hahaha. Hahaha. Nee, das ist, glaub ich, Quatsch. Ich fand den Distanzbuddeln-Dingens gut. Was soll ich denn da buddeln? Keine Brösel? Ja, keine Brösel? Ja, das stimmt. Das hab ich auch eingesehen. Das hab ich falsch. Da war ich bei Frikatellen. Aber. Keine. Wann ist das? Oh, war. Okay, das ist eine absolute Katastrophe, was wir hier gemacht haben. Hab ich genau nichts davon. Ich hab das Fett sehr gut. Okay. Ich hatte immer das Problem, dass ich mich auseinanderfallen, wenn ich nichts reinmache. Also, es war einfach immer, immer problematisch. Holo Egg. Oh. Dieses komische... Moment, aber... Oh! Das ist wieder so... Nee, der hat super wenig Mana. Nee, Mana Charge, ich bin Maximum Mana. Hm. Wir tauschen die komische Regenwolke aus. Moment. Jetzt haben wir es in Narbeweis. Empty Egg that cast a spell upon cracker. Oh! Ach, aber über viel Damage. Ich mach jetzt einfach einen Eye-Bild. Glaub ich. Kann ich es jetzt noch ändern? Nee, kann ich nicht. Sobald ich rausgegangen bin, kann ich es nicht mehr ändern. Sobald ich einmal rausgegangen bin, geht es nicht mehr. Aber Jolt gäbe sie jede Menge. Wir hätten ja die Ding anders machen sollen. Okay, ihr macht kaum wenig Damage, glaube ich. Okay, die halten einfach unglaublich viel aus. Wir brauchen ja auch keinen wirklichen Buddler. Wobei, wir buddeln ja schon ganz geil, ne? Ja. Solche Probleme haben wir dann. Was soll man denn kreativ lösen? Komm schon. Ich bin da in das blöde Kackgol dran. Ja, geht gut. I'm doomed. Weil ich sie es witzig fand. Okay. Woran ist das? Woran ist denn die? Hä? Aua, aua, aua. Stirb. komisches Vieh, das deine Kinder auf einen wirft. Äh? Nö. Nö, nö, nö. Der war mies. Oh Gott. Alter, ich hab schon wieder so viel Damage gefressen. Ich glaub, ich will einfach nur weiter runter. Und da ist ein Wound oben. Ich will den neuen Wound haben. Wound sind geil. Oh, wie komm ich jetzt da hoch? Moment. Wir haben hier doch so einen. Okay. Hier von rechts. Oh oh. Ich will mich wirklich brennen. Ja, von hier kommen wir da rein. Diese komischen Lava-Bienen. Die sind echt eine Katastrophe. Super. Everyone attest it. Was macht der? Gunpowder-Arc. Oh, der ist tot. Oh, ein bisschen nulig ist gestorben. Man schießt... Yo, what? Man schießt der mal drei? Spells per Cast sechs? Äh, Moment mal. Okay. Ich glaub, ich will nur nach unten und raus. Ich hab meinen Zauberstab gefunden für den Run. Am Inn. Oh, ich kann damit sogar buddeln. Ich kann damit sogar buddeln. Als ob. Yo. Gib mir den ganzen Goldstaub. Kraus hier. Give it to me, baby. Aha, aha. Spells per Cast sechs. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs. Und auch genau drauf. So, dann sehen wir erstmal diesen komischen Kacke hier. Jetzt geht er weg, ne? Spells per Cast acht? Was ist denn das für ein Run? Faster Projectiles. Da seh ich mich fast. Toxic... Toxic Immunity. Oder Hungry Ghost. Summons a happy minion who'll eat enemy Projectiles every now and then. Oh. Boah. Ich glaub ich will Faster Projectiles. Booms. Jo. Faster Projectiles it is. Fuck, hier explodiert wieder alles. Oh my god. The fuck, man. Aha, das ist nicht nur so ein bisschen faster, das ist super fast. Booms. Hier ist schon wieder Fire Arc, Double Scatter Spell, Plasma Beam. Hier ist eigentlich zu lange zum Wiederaufladen tatsächlich, leider. Ooh. Critical on Bloody Enemies. Energy Orb. Triple Spell. What is... What? Das Triple Spell ist, glaub ich, komplett Overkill. Aber der... Das hier macht halt... Ich glaub, den Gunpowder will ich hier sogar rausnehmen, weil das explodiert einfach alles dadurch. Bei dem hier nicht. Der wird einfach nur unglaublich viel Schaden. Und ich bin doch gar nicht in meinem dreifachen Damage drin. Ich will gleich wieder... Ach komm, Xili. Jetzt seid mir nicht so negativ. Oh god. Hab ich mich schon jemals selbst gekillt? Ich bin immer in irgendwas anderem gestorben. Mich niemals selbst gekillt. Nicht einmal. Oh god. Can you chill? The fuck out. Den komischen Polen. What the fuck? Ich glaub nicht, dass ich mich selbst kenne. Ich glaub, ich hab andere Probleme. The fuck? Wollte ich, aber... Was ist... Wo ist er hin? Kommt er wieder? Ich bin's der Wurm, ja. Er kommt nämlich wieder. Scheißau. Alter, what? Wow, yo, what? Können wir kurz drüber reden? Missile, 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 Missile. Double Scatter Spell mit jener Menge Missiles. Sieht nicht nach dem aus, was ich haben will, glaub ich. Ja. Will nicht geliebt werden. Will gehasst werden. Ich fühl's gloomy in hier. Du bist doch bloody. Wie viel hältst du aus, Mann? Holy shit. Oh Gott. Wenn ich schon sowas sehe, gar kein Bock. Yo. Nee, nee. Oh Gott, das macht mir Damage. Übrigens. Wenn ich mich damit anzunehmen, macht mir das sehr viel Damage. Alter Schwede. Geh weg. Ähm. Okay. Da hinten ist ein Ausgang. Ist niemand dead? Oh. Ist kein Ausgang. Okay. Ja, das wäre ein Ausgang gewesen. So, aber... Ich glaube, der schießt eigentlich Projektile weg. Aber meinst du einfach zu schnell durch den Projectile Speed. Das würde ich vermuten. Dass der Projektil eigentlich wegschießen sollte. Er sollte diese Fähigkeit haben zum Wegdrücken von Projektilen. Er hält mir alle hier zu viel aus. Er hält mir alle hier zu viel aus. Oh, warte mal. Oh, warte mal. Das macht nicht die ganze Zeit noch puff. Wow. Ich will nach unten, Mama. Ja. Bin ich auch für. Aber rechts ist irgendwas, was mich... Was mich nimmt. Oh Gott. Oh Gott. Natürlich kommt da sowas aus der Dunkelheit. Und die Dunkelheit ging ja auch nicht aufzulösen. Einfach so. Natürlich. Das Spiel ist so absurd. So absurd. Das war ein fliegender Zauberstamm, der einfach den übelsten Burst rausgegeben hat und mich umgelatzt hat.